Hier alles Rennviecher in Brist oder vor Brist. Das ist hier Brist am 21. September 2012. Und Brist hat sogar eine Eisbahn. Dahinten blinkt das. Geburt der Rennviecher in Brist. Ich halte so einen Fuß. Schaubbrauch in Brist. Guck mal hier, super. Hier geht es dann rüber. Super, unser Döner ist hier. Klasse, wie du bist. Hätte ich noch nicht gedacht, aber wir sind froh, dass er hier ist. Denn jetzt haben wir was zu essen, wenn wir hier Waren halten müssen. Das ist prima. Denn nur so kann man überleben. Wir fahren jetzt mal geradeaus in Brist. Hier eine Tankstelle. Super, relativ günstig. Schon geht es wieder weiter. Telefone haben sie doch ein öffentliches. Zellen gibt es schon nicht mehr, die Telefonzellen. Das war mal früher. Der steht jetzt raus. Was ist denn da? Super. Ja. Ja. Hier ist schon wieder kühl. Das wäre jetzt ein Aufmerksam. Vorgeschiss. Das wäre jetzt ein Aufmerksam.